servus oh gott oh gott es ist schon wieder eine woche her mal ganz kurz hier durchblicken wir haben und zum fix sind wir ja wir sind hier genau stimmt wir müssen jetzt hier rein ok looten tue ich dann offline irgendwann fuck it das brauchen wir nicht hier machen da hoch muss ich auch noch okay wir gehen hier rein auf geht's die ganze viecher sind eingefroren wo muss ich hin okay da nicht hin hallo das sind erfinderische handwerker die haben so ein gefäß für das licht gebaut stabile dudes und dieses gefäß fickt mich jetzt oder ich sehe digga ich dachte dieses level wird schwer egal ich nehme alles zurück benutze das lichtgefäß um die strukturen zu aktivieren und zu überqueren ohne schaden zu warte wieso kann ich die wand hochlaufen wie los uff das ist ok ich hinterfrage es nie auf jeden fall nehme ich keinen schaden oh gott warte wie komme ich runter nein ich komme dadurch gar nicht wieso ich da rüber komme rennen hölle du stück scheiße hier schön in die fresse kann ich mich fallen lassen ok das funktioniert wie so eine gravitation denkst du wenn ich das fallen lasse dann ach ich bin verwirrt oh gott nein nein ich will nicht sterben 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 jetzt muss ich mir das windtun wieder anschauen das sag mal ich speichern hier gleich weil ich habe keinen bock mir das dauernd anzuhören ok komm her dort ok 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 fallen lassen ähm hä achso aber ah es fliegt mir hinterher ah ok oh gott egal ok jetzt da unten ist alles äh vor allem diesen Eisstacheln das heißt ich kann da nicht runter oder mehr speichern mehr speichern ok hier kann ich aber nicht oder nein uff guter ich kann doch bestimmt auch äh ich kann doch bestimmt auch äh nein ich nehme da nicht bitte komm schon oh easy digger wer sagt ich muss das tragen äh komm ich da hoch ach leck mich ok 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 nochmal ah du hoch hoch wie soll ich da hoch kommen achso ich muss das ding ja nur tragen ja stimmt ja hab's vergessen dachte ich ne doch nicht ok irgendwie dachte ich ich kann die gravitation so ändern nein ok ähm gut da muss ich das benutzen um da rüber zu kommen ok wie krieg ich denn die karte ok da schauen wir eben später nach mal höchst kompliziert höchst kompliziert digger das wollte ich jetzt nicht das wollte ich auch nicht wie komm ich da aber jetzt hoch wo was haben wir nicht mehr nein ok das nicht oder wie oder war ich zu früh komm schon nein dein ernst geht anscheinend nicht wofür ist das dann das kann nicht sein dass es nicht geht dieses ding ist doch irgendwas ich hätte gedacht dass ich da bestimmt irgendwie hin kann warte vielleicht komme ich später zurück weil ah ok 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 jetzt weiß ich es ok ich bin behindert lass mich hinrücken ich hab's äh eigentlich nicht mehr aber ich bin nicht mehr nein. wie bin das? Angst. So, jetzt kann ich nämlich doch hier laufen, bestimmt, oder? Easy. Okay, war nicht ganz so easy, aber easy. Ernsthaft? Wie ist los? Okay. Kommst du her, Bruder? Jetzt aber, ja. Jetzt speichere ich an jedem Sprung, den ich mache. Ich speichere ich. Okay, irgendwie dachte ich, ich kann da rüber laufen. Dieses Kopf überfickt mich manchmal. Okay. Oh, ich habe nicht gespeichert wieder. Oh, ich habe nicht gespeichert. 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 Was? 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 Ich hab's gerade nicht so geblickt, hätte ich gesagt. Ich hab's gerade nicht so geblickt. Okay. Ich muss ein paar Testversuche machen. Ich blick's grad nicht. Da geht's wieder so runter, oder wie? Ja, oder? Ja. Okay. Okay. Ähm, das heißt... Wie heißt das jetzt? Das heißt, ich hätte das Ding loslassen sollen, oder wie? Hallo, ich blick's mich. Achso, ich hätte das Ding loslassen sollen. Ja, das... Äh, hä. Ja, ich bin so mutig. Ich... Fuck it. Okay, also. Ähm... ... ... ... ... ... ... ... Kann ich das nicht in der Luft loslassen? Okay, also. Fühle mich behindert. Fühle mich behindert. Und, ... ... ... ... ... ... ... Ich habe es vergessen. Jetzt bin ich gelogen. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Da falle ich ja runter jetzt, wenn ich es jetzt war. Die Leute scheitern da übrigens genauso wie ich. Gut, dass ich nicht der einzige behinderte bin. Was? Da soll erst mal einer drauf kommen. Kommt da. Junge, also Leute, sobald man springt, springt man in die Richtung mit der Kugel. Äh, das, die Richtung, die dann unter dir ist. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, also, wir machen jetzt den hier. Komm her. Achso, warte, warte, warte. Das heißt eigentlich, ich muss... So. Dann muss ich, äh... Oh Gott, Digga. Ah, Melter. Okay, jetzt. Leute, da sollte mal erst mal einer drauf kommen, Alter. Ich kann nicht mal speichern. Check mich. Wo habe ich jetzt Geld mit alles? Da ist ein Karten-Dings-Frage-Mind. Da noch einer. Da links ist ein Portal. Ich will zum Portal. Ich brauche Leben. Ähm. Ich will nicht da noch. Warte, da noch nicht, okay? Da noch nicht. Genau. Und speichern. Ähm. Und zwar. Mhm. Will ich da hin. Dann will ich da hin. Und dann will ich da hin. Ähm. Achso, ich hätte es schon loslassen können. Ähm. Will ich mich pflaxen, Alter? Ja. Huh. Gut, dass ich nicht der einzige war, der so lange gebraucht hat. Ähm. Wollen wir jetzt da hin? Oder wollen... Nee, wir wollen erst mal das hier fertig machen. Und dann wollen wir da hin. Okay. 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 Hehehe. A du Ich kann nicht speichern Auf unstabilen Wo geht's denn da hoch Was kommt da Ah ok Leck mich Okay das ist jetzt kein Stabiler Boden mehr Also ich sie Warte Uff Okay Was kommt da Kann ich da jetzt schon so hin Um okay 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 Oh go Oh go 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 Okay Was ist wo hin geht da Bleck mich Scho Oh go 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 Wow Sorry, Panikattacke bekommen. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, Bruder. Uh, okay. So, ich hätte runtergehen müssen, okay. Ich will das haben. Okay. So, weiter geht's. Leck mich. Fick. Okay, dafür habe ich die ganzen Fragmente gebraucht. Oh, da kommt ein Goemon. Heißen die so? Ich habe den Namen vergessen. Ah, come on. Oder das ist nicht Digimon, Alter. Ist da oben was? Ähm, keine Ahnung, was das an soll da oben. Okay, egal. Muss ich das hier hinlegen? Oh, Mama. Das bedeutet safe nichts Gutes. Ah, die haben dieses Licht benutzt, um alles zu bauen damit. Richtig nice. So als Stromersatz müsste ich Dings da rumstern. Oh, armer Goemon. Bruder, ich werde dir helfen, keine Sorge. Ja, das hoffe ich auch. Ähm, interessant. Interessant. So. 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 Oh. initially. So. So. ich muss warten bis das bis der hier da ist und darunter geht und dann muss ich nein garanz ah mal auf Nein. Ich kann es sehen. Ich weiß nicht mal, ob das wichtig war, was ich hier gemacht habe. Äh? Nicht sicher im Bereich. Bruder, ich bin hier hardcore sicher. Komm schon. Ach shit, ich muss auch da hoch. Ich muss irgendwie auch da hoch. Ah, fuck you, Alter. Okay, jetzt bin ich sicher. Nein. Alles klar. Achso, ich kann da noch nicht hin. Okay, verstanden. Okay. 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 Shalom. Uuu, Gumo! Gudo zaniesało! Geh, Bruder, mach mir. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch, mein Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.